Sicherheit geht vor. Wir machen heute ein Fragen- und Antwort-Video miteinander. Und die Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt, die beantworten wir jetzt. Das wird toll. Es ist keine gute Idee, dass wir das machen. Nein. Erste Frage haben wir da. Wann kommt der nächste Podcast? Der nächste Podcast, wir haben schon ein Thema gehabt, worüber wir reden. Nur haben wir es vergessen. Wir haben es vergessen. Nein, aber es wird wieder ein Podcast-Kammer. Die nächsten Wochen irgendwann. Ja. Also, zweite Frage. Wann kommt der Song für euch beiden? Ja, dann lasse ich die jetzt reden. Danke. Also, am 25. März kommt der Ballermann-Lied von uns zwei raus. Das Lied werden wir heute aufnehmen und tragt euch als ganz fett im Kalender ein. Das Lied kommt am 25. März online. Was sind eure Vorlieben? Bier. Magst du Kinder? Ich schon. Ich hasse Kinder. Hey, Bro. Servus! Prost! Nächste Frage. Seid ihr wirklich schwul? Ich nicht? Ich bin bi, also 100% schwul, 100% hetero, 200% geil. Ja, nein. Aber Leute, bitte versteht's, wir sind nicht zusammen. Wir sind seit dem Kindergarten beste Freunde, aber wir sind in keiner Beziehung. Beste Freunde? Nein, aber wir sind in keiner Beziehung. Was spielt ihr so in eurer Freizeit? Ja, gemeinsam spielen wir Minecraft viel. Bist du schwul? Ich nicht? Selber am 20 wie vorher. Wie geht's? Ja, ich bin Alkohol-Depressiv und wüh nix mehr. Aha. Ja. 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 Mehr Golden Style. Ja Leute, ich hab eh schon an. So, das sind zwei Kanäle. Andere Rücken zwischen euch beiden. Mach ma. Hey, das ist ein bisschen unfair. Wieso ist das unfair? Na, ich bin da so. Bitter, bist du stark geworden. Hier, ich muss dich in der Hauptschule unterschlagen machen. Ich hab dich in der Hauptschule unterschlagen. War gut gespielt. Ja. Golden Style, was ist deine Meinung zu One Piece? Meine Meinung sogar zu One Piece. Der One Piece is real! Aber na, abgesehen von den Memes, ist nicht ganz meins. Ich bin... Es sind mir zu viele Episoden. Ah, über tausende Episoden. Ich schaue sowas nicht. Ich hab's nie geschaut, wirklich. Aber wenn's dir gefreut, ist es gut. Was ist dein Lieblings-Anime-Hentai? Toll, dass ich die beginne. Oh, ich fange mit dem. Ich bin Anime-Experte. Lieblings-Hentai, Boku no Pico. Ohne Chance. Bester Hentai, den es gibt. Die Mimern werden den auf jeden Fall kennen. Aber mein Lieblings-Anime ist 91 Days. Richtig Geil-Anime. Ist Prohibi... 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 Doppel-Alkohol-Illte geil waren in den USA. Zu der Zeit spielte es ganz 1933. Richtig geil, aber offen. Find ich richtig geile Story. Ist zwar kurz. Kann ich nur empfehlen. Und ich werde dich zwingen, den anzuschauen mit mir. Ja. Ich kenne nur Naruto, mehr kenne ich nicht. Und deswegen ist das mein Lieblings-Anime-Hentai. Wie geht's euch? Ich bin Alkoholiker und will nix mehr. Neuer Podcast. Ähm, ja, ist schon in Planung. Wir haben sogar schon ein Thema gehabt. Nur haben wir das Thema wieder... Vergessen. Vergessen. Aber es kommt dann auch ein Podcast demnächst. Ja. Versprochen. Das versprechen. Alte Kinder. Ich schon. Aber nicht mit dir. Nein, ich möchte auch nicht mit dir. Habt ihr Haustiere? Ja. Ich schon. Ich hab einen Hund. Und... Das war's eigentlich. Aber ich nenne jedes Tier mein Haustier einfach nur, weil ich Haustiere liebe. Katzen, Viecher, alles. Wenn ich sie als Haustier haben kann, werde ich sie mein Haus einbringen. Also ich hab als Haustier auch einen Katz und zwei Hasen. Also das war's jetzt mit dem Video. Und ich sag's jetzt nur mal zum Schluss. Am 25. März. Tragt euch also einmal ganz fett im Kalender hin. Kommt ein neuer Ballermann-Song von uns beiden raus. Was wir gemeinsam singen. Den werden wir jetzt auch gleich aufnehmen. Und... Ja, also freut euch drauf. Der geht... Der geht an. Ganz ehrlich. Der Hammert. Prost. Prost.